Dann wollen wir mal loslegen, in der Box. Anja aus Filsa bekommt einen gelben. Komm mal her, wie sehr mit dem roten Ring ist das? Komm mal her. Hast du Anja, wie gut das? Komm mal her. Hallo. Was? Wir haben uns ein bisschen üben müssen, nicht? Wenn wir erstmal ein bisschen üben müssen. Komm hier einfach rein mit den Kisten, dann gehts los, nicht? Komm her. So. Hätten wir erstmal ein bisschen üben müssen, nicht? Komm hier einfach rein mit den Kisten, dann gehts los, nicht? So. So. Ha. Zack. Zack, zack. Ne? So. Alter, Gelbfick. Komm her. So. Machen wir gleich den roten Ring. Na, 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 na. So. Was soll das denn jetzt, ha? Was soll das denn jetzt werden, ha? Was soll das denn jetzt werden, ha? So. Ne? Wollen wir mal gucken? So. Einmal in die Kamera. Ja. So. Ne? Hopp. Hä, hä, hä. Ja. Ich krieg dich doch. Nee. Ich krieg dich doch. Hopp. Na. Na. Hopp. So. Hopp. Jetzt hab ich sie. Jetzt hab ich sie. So. Rote Ring. Ab. Lecker, lecker. Lecker, lecker. So. Lecker, lecker. Ja. Lecker, lecker. So. Schau mal her. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. So. So. Jetzt darfst du noch mal die Kamera kucken, ne? So. So. Einmal tschüss sagen. Und dann geht's drinnen drauf. Zack. So. Gucken wir noch mal vorne. Gucken wir noch mal vorne. Ja. So. Hallo. So. Sag mal tschüss. Und dann geht's los, ne? Das ist noch mal eins. So Anja. So. Jetzt kommt noch die Kamera kucken. Nummer zwei dran. Ne? Jetzt kommt Nummer zwei dran, ne? Jetzt kommt Nummer zwei dran, ne? Da oben ist er. Komm mal her. Da oben ist er, ne? Komm her. So. Du bist das, ne? Du gehst das Winzer in die Box, ne? Ja. So. Du gehst zum Alexander. Komm her. Du gehst zum Alexander, ne? So. Wo holst er? In Gießen. Ja. Alexander in Gießen. Komm mal her. Hallo. Komm mal her. So. Hallo. Spinner. Du alter Spinner. Ja. Ich krieg dich doch, ne? Doch. Ich krieg dich doch, ne? Doch. Uh-huh. Ich krieg dich doch. Komm her. Hallo. So. Hallo. So. So. Hallo. So, jetzt habe ich dich. So, kannst du nochmal so in die Kamera gucken. Dann kommt der Ring ab. So. So, rein mit dir. So, willst du auch mal gucken? Ja. So, darfst du auch nochmal Tschüss sagen. Ja. So, auf nach Gießen. So, und du ist die Maxi dran, ne? Die Maxi aus Unterwösschen, ne? So. Maxi, komm mal her. Hallo. Ja. Ja. Komm her, du alter Wurschen, ne? Hallo. Hallo. Komm. Hallo. Wollen wir ein bisschen rumspinnen? Ja. Wollen wir ein bisschen rumspinnen? Ja. Ja. So. Alter Wurschen, hm? Mit am Schlaf hinter dir, hm? So. Bist du wieder fit? Ja. Bist du wieder fit, ja? So. Mit am Schlaf hinter dir, ja? So. Alter Wurschen, komm her. Ha. Alter Wurschen, du. Hm? Ja. Komm. Was soll das hier? Hallo. Hallo. Hm? Wollen wir auf die Reise gehen, ne? Jetzt halt ich mal von der guten Seite, ne? Zum Schluss. Ja, noch einmal in die Kamera gucken. Hallo Maxi. Und tschüss, ne? Und tschüss. So. Komm her. Komm her. So. Jetzt geht's ab. Nummer 2 wird noch schwieriger, ne? Wer weiß, ne? Das wird noch was, ne? So. Komm her. Wollen wir mal kurz gucken. Obwohl das eigentlich klar ist. Aber. 2 für 4. So. Ab. So. Und jetzt kommt der Weiße dran, ne? Jetzt kommt der Weiße dran. Ja, ja, ja. Komm her. Hallo. Ich weiß das. Ja, komm her. Ich weiß das. Ja, ne? Dass du der schwierige Fall bist, ne? Komm her. Hallo. Und vor allem, wenn ich dann noch so unruhig bin, ne? Und wenn ich dann noch so unruhig bin, ne? Ja. So. Komm her. Hallo. Komm her. Ja, keine Ahnung, ne? Vor allem, wenn ich dann noch so unruhig bin, ne? Ja, ne? Dann läuft das. Wir werden keine Zeit haben, ne? So. Ha? Hallo. Komm her. Komm her. Komm her. Hallo. Hallo. Die Pfannen, ne? So. Komm her. So. Was ist mit dir, ne? Was ist mit dir, ne? Was ist mit dir, ne? Wollen wir in die Kiste, ja? Wollen wir in die Kiste, ja? Wollen wir in die Kiste, ja? Ja? Wollen wir in die Kiste, ja? Wollt du auch für ein Blick, ja? Du? Du bist auch so ein bisschen. Komm her. So, du wirst ernst, ne? Das war schon mal nix, ne? Einmal habe ich das nicht, ne? Einmal daneben, ne? So, so, jetzt habe ich dich aber, jetzt habe ich dich aber, ne? So, ja, jetzt habe ich dich aber, komm mal her, mal gucken. So, jetzt kommst du da oben rein. Und, ne? Und, jetzt kommst du da rein. So, jetzt haben wir beide nach oben gepackt, ne? So, Maxi, da sind deine beiden Strategen, ne? Ein weißes Schwarzauge und ein gelber. Den weißen muss man ein bisschen kämpfen, ne? So, den Burschen, ne? Der quält mich immer hier. So, aber du hast ja wenigstens dein weißes Schwarzauge bekommen, ne? Und der ganz schön hängt da noch dran, ne? So, der klebt da dran, ne? Mal runter. Ja? Blau, grün, gelb und weiß. So, und tschüss. Jetzt geht's los. Abtreten. Zack. Einmal. Achmed, willst du mithelfen? Willst du mithelfen? Ja. Achmed. Der Bulte auch noch. Der Bulte will auch noch mithelfen. Das kommt aber wohl nicht los. Ich schaff das noch. Ich schaff das noch. Ach, ne? So, ich schaff das noch alleine. Ja. Ja, ich schaff das noch. Einmal. Gut. Zwei. Na, klappt das. Klappt das. Klappt das. dann wollen wir mal angucken, ne? So, der gelbe Anja-Vogel, der graue weiße Deckel für Alex und Maxis weiche Schwarze Auge und Maxis gelbe, ne? So, hallo! Und tschüss!